Der Kern des Veganismus besteht in der Absicht, das Leid führender Lebewesen zu verringern. Das ist für Menschen, die erklären wollen, dass der Veganismus doof ist, eine gewisse Herausforderung. Schließlich argumentiert man damit ja letztlich für das Zufügen von Leid und für Ausbeutung. Viele sind aber sehr geschickt daran, das gar nicht erst zu bemerken oder es wird versucht, vom Veganismus viel empörter und betroffener zu sein, weil dieser aus irgendwelchen Gründen in Wahrheit etwas wirklich Unmoralisches sei. Und einer von mehreren Ansätzen ist dabei, die Jobsicherheit von Landwirten spontan zu einer wichtigen Herzensangelegenheit zu erklären. Und so beklagen manche Menschen dann, dass eine vegane Lebensweise Bauern die Lebensgrundlage vernichten würde, weil dann deren Tierprodukte nicht mehr gekauft würden. Der Veganismus sei dementsprechend unter anderem auch unsozial. Gerade bei Fleischfunktionären und Politikern scheint diese Methode auch recht beliebt zu sein, aber auch bei Landwirten selbst oder deren Interessenvertretern. Wenn dieser Feldzug gegen den Veganismus auch nicht selten sehr bizarre Aussagen und Aktionen nach sich zieht, so ist doch zumindest nachvollziehbar, warum. Noch lange nicht gerechtfertigt oder sinnvoll, aber zumindest verständlich. Landwirte beklagen neben schweren Arbeitsbedingungen und vergleichsweise schlechter Vergütung oftmals auch eine fehlende Wertschätzung ihrer Arbeit. Und damit haben sie sicher nicht Unrecht. Es sind die Landwirte, die unsere Lebensmittelversorgung garantieren und dazu beitragen, dass andere Menschen andere wichtige Beschäftigungen für die Gesellschaft ausüben können. Und diese Arbeitsteilung ist auch gut so. Das ist auch ein Grund, warum ein anderes Argument ebenfalls Unsinn ist. Als Veganer möge man doch bitte perfekt sein und nur noch konsumieren, was man selbst angebaut hat, um überhaupt ernst genommen werden zu können. Nicht nur das Selbstanbau für die meisten Menschen aus verschiedenen Gründen gar nicht möglich. Es ist gar nicht gesagt, dass das beispielsweise grundsätzlich ökologischer ist. Und wenn alle Menschen ihre Nahrungsmittel selbst anbauen würden, käme die Menschheit zu nicht mehr viel anderem. Zum Beispiel auch nicht dazu, Missstände zu kritisieren. Und das mag durchaus ein gewolltes Resultat dieser Aufforderung sein. Aber könnte man es und würde seine Nahrungsmittel dann nicht mehr kaufen, dann führte das tatsächlich dazu, dass manche Arbeitsplätze dadurch verloren gingen. Also fordert man von Veganern damit, was man ihnen an anderer Stelle vorwirft. Viele anti-vegane Argumente widersprechen sich gegenseitig. Zum Beispiel wird argumentiert, die vegane Lebensweise wäre nicht nachhaltig. Wirft man Veganern aber außerdem vor, dass sie Arbeitsplätze vernichten, bedeutet das ja, dass für diese tatsächlich weniger produziert wird. Was wiederum bedeutet, dass Veganer weniger Ressourcen verbrauchen und dass ihre Lebensweise damit die nachhaltigere ist. Es können nicht beide Dinge stimmen. Es können aber beide falsch sein. Und ganz allgemein ist das auch in der Regel der Fall. Die Produktion tierischer Nahrungsmittel verschwendet im Allgemeinen viel mehr Ressourcen. Im Kern versucht man Veganern hier aber eine nachhaltigere Lebensweise als etwas Negatives auszulegen. Landwirte sind jedenfalls eine unverzichtbare Säule der Gesellschaft. Wird der Vorwurf fehlender Wertschätzung aber konkret auf Veganer bezogen, dann ist das zu kurz gedacht und deutet, dass eigentliche Anliegen fehlt. Beim Veganismus geht es nicht darum, die Wichtigkeit der Nahrungsmittelversorgung und der entsprechenden Berufe irgendwie in Frage zu stellen. Es geht auch nicht darum, Landwirten eine kategorische Schuld zuzuweisen. Letztlich sind es vor allem auch die Verbraucher, die durch ihren Konsumverhalten bestimmen, was produziert wird. Dennoch und zum Teil gerade auch deshalb muss aber auch Kritik zulässig sein. Denn auch wenn Nahrungsmittel fundamental wichtig sind und unverzichtbar, so bedeutet das nicht, dass dies zwingend für Tierprodukte gilt, durch welche massives Tierleid verursacht wird. Und wenn industrielle Tierhaltung abgelehnt wird, dann ist es kein Abstreiten oder Verkennen der Bedeutsamkeit der Nahrungsmittelproduktion als solcher und der daran beteiligten Menschen, sondern ein Hinwirken auf Reformen hin zu Nachhaltigkeit und Tierfreundlichkeit. Und damit meine ich keine nettere Tierausbeutung, sondern gar keine Tierausbeutung. Grundsätzlich essen Menschen ja erstmal nicht unbedingt weniger, wenn sie auf Tierprodukte verzichten. Sie essen dafür mehr andere Dinge. Pflanzen oder in Zukunft wahrscheinlich versteckt synthetisch hergestelltes Fleisch und so weiter. Pflanzliche Fleisch- und Milchalternativen sind einer der am schnellsten wachsenden Sektoren in der Lebensmittelindustrie. In diesem Bereich wächst dann im Gegenzug die Zahl der Arbeitsplätze. Möglicherweise ist das nicht genug, um das auszugleichen. Schließlich ist eine pflanzenbasierte Ernährung deutlich ressourcensparender als eine Tierprodukthaltige. Es könnten also insgesamt durchaus Arbeitsplätze wegfallen. Und auf den Sektor der Tierwirtschaft bezogen ist es selbstverständlich richtig, dass bei sinkender Nachfrage nach Tierprodukten dort die entsprechenden Arbeitsplätze wegfallen würden. Dies wäre für die betroffenen Menschen sicherlich oft auch mit Nachteilen verbunden, die auch nicht kleingeredet werden sollen. Gerade da es beim Veganismus darum geht, das ethisch Richtige zu tun, Leid zu verringern und alle empfindungsfähigen Lebewesen zu berücksichtigen, muss dies selbstverständlich auch für Landwirte gelten und deren Lebensgrundlage. Und es wäre heuchlerisch, einfach eine Menschengruppe völlig zu ignorieren, weil sie den Job erledigen, den andere mit ihrem Konsum notwendig machen. Sicherlich würden auch vorübergehend arbeitslose Landwirte in unserer Gesellschaft nicht unbedingt verarmen oder verhungern. Dennoch würde man es sich auch zu einfach machen und sagte man schlicht nur, Landwirte sollen einfach was anderes machen. Auch Landwirte wurden in eine Gesellschaft und oftmals in ein Berufsfeld hineingeboren, wo sie nie etwas anderes als Tiernutzung kannten und die Moralität dahinter dementsprechend selten wirklich grundlegend und unvoreingenommen in Frage gestellt wurde. Sie haben meist ihr Leben lang nichts anderes gekannt und wurden, wie wir alle, auf verschiedene Überzeugungen hin konditioniert. Und sie vertreten entsprechend oftmals zumindest aufrichtig die Überzeugung, dass Tierausbeutung legitim ist und nutzen oft Begriffe, die solche Dinge wie Ausbeutung beschönigen oder die Tatsache, dass es sich um führende Lebewesen handelt, verschleiern oder ausblenden. Am Konsum von Tierprodukten hängt für Konsumenten bereits sehr vieles, darunter das Selbstbild oder auch eine gewisse kulturelle Identität. Bei den Produzenten hängt darüber hinaus aber noch das Einkommen und damit die Lebensgrundlage davon ab. Das macht es für diese natürlich nochmals schwerer, objektiv in Frage zu stellen, ob die Ausbeutung für unsere Lebewesen ethisch zu rechtfertigen ist. Gerade wenn dies von plötzlich auftauchenden Veganern behauptet wird, von denen man natürlich annimmt, dass diese von der Thematik, welche man selbst praktisch lebenslernberuflich betreibt, gar nichts verstehen. Und natürlich nervt es, wenn da irgendein vermeintlich naiver Wohlstandsveganer daherkommt und einem vermeintlich den eigenen Job erklären will und kritisiert, was man schon immer so getan hat. Hier muss man aber unterscheiden zwischen der handwerklichen Ebene und der ethischen Bewertung der Tätigkeit. Sicherlich ist es richtig, dass nicht jeder Veganer die Komplexität der Landwirtschaft versteht. Dass Landwirte das, was sie tun, aber professionell und versiert ausüben, mag durchaus so sein, ist an dieser Stelle aber nicht das Entscheidende. Ob die Ausübung an sich ethisch vertretbar ist, ist eine andere Frage, die nicht dadurch beantwortet werden kann. Im Gegenteil, dazu ist oftmals sogar eine Außenperspektive sinnvoll, eben gerade auch aufgrund der Tatsache, dass jemand, dessen Einkommen davon abhängt, eine solche Frage niemals vollständig unparteiisch und objektiv beantworten können wird. Manche Landwirte sind oder wurden sich dennoch der Tatsache bewusst, dass gerade die Viehwirtschaft neben den ökologischen Problemen, die damit einhergehen, auch Tierleid verursacht und dass dies möglicherweise nicht ethisch zu rechtfertigen ist. Oft stecken aber auch die Landwirte selbst in einer Situation, wo sie darauf wenig Einfluss haben, dass sie unter erheblichem Preisdruck produzieren müssen und dementsprechend kein finanzieller Spielraum für besseren Tierschutz besteht, was zu moralischen Konflikten und daraus resultierenden Abwehrmechanismen führen kann. Selbst in einer offiziellen, vom Staat finanzierten Studie für die Landwirtschaft heißt es, manche Landwirte begegnen den persönlichen Wertekonflikten, indem sie sich auf Rationalisierungen oder ein Herunterspielen der gängigen Tierhaltungsprobleme zurückziehen und sowohl sich selbst als auch die Gesellschaft mit wirtschaftlichen Argumenten trösten. Sie beschwichtigen damit, dass mit den Tieren auch Geld verdient werden müsse oder dass Nutztierhaltung deutlich von Heimtierhaltung abzugrenzen sei. Teilweise kann sich sogar eine Gleichgültigkeit den Tieren gegenüber und ihren Bedürfnissen entwickeln. Vierfach werden Vorwürfe seitens der Gesellschaft schlichtweg abgestritten. Einige Landwirte haben sich sogar aus solchen Gründen von sich aus von der Tierhaltung abgewendet und sich ein anderes Einkommen geschaffen. Möglich ist das also durchaus. Zudem ist Deutschland ein Hochtechnologieland. Obwohl etwa 11% der erwerbstätigen Menschen auf die eine oder andere Art dazu beitragen, die Bevölkerung mit Nahrungsmitteln zu versorgen, macht die Landwirtschaft selbst zusammen mit der Forstwirtschaft und der Fischerei nur etwa 0,9% der Bruttowertschöpfung und 1,4% der Arbeitsplätze aus und sie stellt aufgrund von Effizienzsteigerungen und Automatisierung ohnehin immer weniger Arbeitsplätze. Die moderne Landwirtschaft ist zu großen Teilen vollautomatisiert. Einige wenige Mitarbeiter betreuen teilweise 10.000 Tiere. Doch sollte es in irgendwelchen Situationen doch nicht möglich sein, den Beruf zu wechseln, so wäre das Richtige, diesen Umstand zu kritisieren und zu versuchen zu ändern, statt die Tätigkeit selbst pauschal zu rechtfertigen. Es sollte dabei dennoch nicht darum gehen, diesen Landwirten die Schuld zuzuweisen. Schuld ist ohnehin ein Begriff, mit dem man möglichst sparsam umgehen sollte und der, wo immer möglich, durch Verantwortung ersetzt werden sollte. Bei diesem Spiel gibt es drei Parteien. Die Verbraucher, die Landwirte und die Politik. Und jede dieser Parteien schiebt die Verantwortung jeweils auf die anderen. Verantwortlich sind wir aber alle. Veganer setzen sich auch für die Befreiung von Menschen ein. In diesem Fall dafür, dass Landwirte von einem Zwang befreit werden, für ihren Lebensunterhalt fühlende Lebewesen töten zu müssen. Und das kann man unter anderem dadurch schaffen, dass man die entsprechende Nachfrage eliminiert und dafür gewaltfreie, bessere Alternativen schafft. Ein Problem ist hierbei die Sichtweise auf diese Angelegenheit. Unser Gesellschafts- und Wirtschaftssystem hat leider das Narrativ geschaffen, dass es erstrebenswert ist, dass Tierwirte oder auch Schlachthausmitarbeiter arbeiten können, um leben zu können, statt es so zu sehen, dass sie die entsprechende Tätigkeit, Tiere ausbeuten und töten, ausüben müssen, um leben zu können. Der vielleicht wichtigste Punkt hierbei ist, dass ein Lebensunterhalt, wenn es an dessen Stelle Alternativen gibt, keine ethische Rechtfertigung für Ausbeutung und Tötung empfindungsfähiger Lebewesen darstellt. Wir verletzen hier das fundamentalste Interesse vieler Lebewesen für nicht-letale Interessen anderer. Die berufliche Tätigkeit kann man grundsätzlich wechseln. Und auch wenn das mit Unannehmlichkeiten oder Herausforderungen verbunden sein mag, dafür gibt es zahllose Alternativen. Zu Leben und Unversehrtheit gibt es keine. Und die Vielhaltung ist verbunden mit Leid und Tod in einem unvorstellbaren Ausmaß. Wenn Landwirte mit dem Argument des Jobverlusts gegen den Veganismus argumentieren, dann ist es naheliegend. Unverständlich. Aber nur, weil an einer Sache Arbeitsplätze hängen, ist es nicht automatisch ein Argument dafür, dass diese Sache beibehalten werden sollte. Man stellt damit im Grunde wirtschaftliche Interessen über Moral. Aber auch Landwirte selbst würden an anderer Stelle kaum einen Gedanken darauf verschwenden, ob ihre Handlungen Menschen arbeitslos machen oder zu einem Karrierewechsel zwingen. So nutzen viele von ihnen Social Media als Kommunikationsmedium, obwohl dadurch doch Briefboten weniger Arbeit haben. Und ihre Traktoren, die wirklich, wirklich viele Landwirte stolz als Profilbild verwenden, sind eine Ursache dafür, dass immer weniger Landwirte für die Produktion von Lebensmitteln benötigt werden. Dennoch lehnen sie und wir eine solche Automatisierung deswegen ja nicht kategorisch ab und verurteilen Landwirte, weil sie mit ihren Traktoren effizienter arbeiten und damit andere Landwirte arbeitslos machen. Und sind es gar Menschen, die nur ihren Konsum von Tierprodukten mit diesem Argument rechtfertigen wollen, dann erscheint das nochmals besonders unredlich. Diese werden wohl in den seltensten Fällen die Benutzung von Selbstbedienungskassen im Supermarkt ablehnen, um Kassierer nicht arbeitslos zu machen oder würden kaum auf Kartenzahlung verzichten, weil man dadurch Menschen in der Bandnotendruckerei arbeitslos machen würde. Wenn man den Veganismus mit dieser Argumentation ablehnt, müsste man konsequenterweise jeglichen Fortschritt ablehnen, der Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt bewirkt. Das Streaming von Musik verdrängt zum großen Teil das Musik-Download-Geschäft. Der Download von Musik hatte den Verkauf von CDs massiv zurückgehen lassen. Das Aufkommen von CDs, insbesondere von selbstbeschreibbaren, hat den Marktanteil von Musikkassetten praktisch vernichtet. Musikkassetten hatten ihrerseits Schallplatten verdrängt, Musik auf Platten aufzuzeichnen, hat die ersten Aufzeichnungen auf Walzen verdrängt und die Aufnahme und Konservierung von Musik wird vermutlich wie eine große Bedrohung auf Musiker dieser Zeit gewirkt haben. Die waren ja zwangsläufig alle Livemusiker und die Möglichkeit, ihre Musik jetzt von einer Maschine beliebig oft und ohne sie wiedergeben zu können, wird damals sicherlich für viele von ihnen wie eine ernsthafte Gefahr gewirkt haben, die drohte sie völlig überflüssig zu machen. Eine völlig haltlose Befürchtung ist das also nicht, aber dieses Denken hätte nicht nur dazu geführt, dass heutzutage niemand Musik auf dem Smartphone hören würde, sondern dass es keinerlei Smartphones oder irgendeine Form von Fortschritt gegeben hätte. Auch setzt sich vermutlich, hoffentlich, niemand gegen Anti-Raucher-Kampagnen ein mit der Begründung, dass dadurch Arbeitsplätze in der Tabakindustrie verloren gingen, abgesehen von Lobbyisten mit wirtschaftlichen Interessen natürlich, obgleich doch die Sicherung der Lebensgrundlage der betroffenen Personen nicht weniger wichtig ist. Und so wie man sicherlich sagen würde, dass durch Nichtraucher arbeitslos werdende Mitarbeiter der Tabakindustrie bei einer anderen Beschäftigung ihren Lebensunterhalt verdienen können und sollen, so ist diese Ansicht auch legitim im Hinblick auf Landwirte. Die Welt wird nicht von heute auf morgen vegan werden. Auch so etwas ist ein Prozess, der seine Zeit braucht. Da wäre es auch nicht zu erwarten, dass schlagartig eine große Anzahl Landwirte aufgrund der veränderten Nachfrage erwerbslos werden würden. Das wäre eine gute Gelegenheit für die betroffenen Landwirte, ihren Schwerpunkt auf zukunftssicherere Erwerbstätigkeit zu verlagern oder für Menschen, die am Anfang einer beruflichen Laufbahn stehen, sich für die in Zukunft wohl benötigten Beschäftigungen zu entscheiden. Die Welt ist im steten Wandel. Und so ist es auch mit dem Arbeitsmarkt und die Berufe, die dafür benötigt werden oder die in die Zeit passen. Beim Übergang von der Produktion tierischer Lebensmittel hin zu pflanzlicher Nahrung gibt es mit Sicherheit auch weiterhin Herausforderungen zu bewältigen und Fragen zu klären. Und es gibt vieles zu ändern und neu zu denken, um einen Wandel herbeizuführen. Aber so war das schon immer. Gerade das Aufkommen der Landwirtschaft vor etwa 11.000 Jahren hat bei vielen Jägern und Sammlern dazu geführt, dass sie ihre berufliche Laufbahn ändern mussten oder eben konnten. Denn die neuen Jobs können auf verschiedene Arten auch besser sein. Letztlich war es aber vor allem das, was der Gesellschaft im Gesamten geholfen hat. Das ist eine Stärke der Menschen. Innovation. Aber ein Konzept zu behandeln, weil es einst in gewisser Hinsicht vorteilhaft war, ist aber Stagnation. Und das aktuelle System ist nicht nachhaltig und wird sich ohnehin gezwungenermaßen ändern und anpassen, so wie es auch vorher immer schon passiert ist. Dass nicht nur nichts Falsches ist, ist es auch notwendig und ziemlich unvermeidbar. Überhaupt sollten wir uns vielleicht mal die Frage stellen, wo wir als Gesellschaft versagt haben, wenn es für uns etwas Schlechtes ist, dass Maschinen unsere Arbeit abnehmen oder die Ausbeutung und Tötung für unser Lebewesen abzuschaffen.